Wie steht der rumhängt der? Ich muss ihn vorausschießen, aber der trifft nicht. Ja! Oh krass, wir sind da denn. Uiuiui. Krass, ah ein Deal hängt da immer noch. Soll ich ihn abschießen? Ah. Komm, kleiner Typ, dreh dich. Geht doch. Oh. 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 Haser werden gehasst, cooler Humphунк lớp. Tausend Bandenmitglieder gefickt! Nice junger entrede ich mal wo da oben drehe ich nein als mein gegner welches töten nur man holmann ist mir fast noch ob es ja was da herr ms holland Ich weiß nicht, was willig zu behaupten. Bring the girls back to the Morningstar and I'll pay you top dollar ahead. Let me consider it. That's all I'm asking. Morningstar offering to buy the girls back. I can't do my thing if I got no pussy to sell. The money won't come quick, but you bet it'll come. Oh, Nutten an Morgenstern liefern. Belohnung aus Verlangen eines Pauschalbetrags. Belohnung höhere stündliche Ballwärter. Oh, geil. Höhere stündliche Einnahmen. Eine stattliche Summe. Oh, Mann. Wenn ich die Summe nur wüsste. Näh. Ich will die Stunde mehr Knete. Das ist nicht genug. Mindestens 1000 die Stunde. Da trainiert sich dann auch Dauer mehr. Du bist mit uns für eine Reise, Zemos. Geht die Mädchen in. What the hell were you thinking, Matty? It just seemed like a waste to lose all those girls. I am the General. I am the Tsar. I am the walking apocalypse. And I make the decisions, not you! My bad, mate. So, what happens now? No! We buckled down! We focus. We don't do a run-in. We hit him with a Montreal screw drop. Yeah. Yeah. Hehehehe. That's it. Now listen up. My esteemed colleagues. The time is now. We have deployed Stag to Steelport. That's fine. So... I am, wow. ups falsche fähigkeiten man sehen sammeln objekte werden so viele punkte auf dem ich gar kein bock schon 50 prozent länger also so gesundheit obwohl ich die ja es gibt ja alles über wird sagen machen direkt den nächsten banden beseitigung wird gerade so interessant und das soll da will ich schön weiterzummehr keine fahrzeit need your opinion on viola de winter my personal opinion is that she's a useless whore professionally however she could be available information if she can be trusted that's a real question isn't it well that's good timing hold on a leg i'd like to meet if you'd be willing not fucking likely i helped you hurt the morningstar didn't that prove to you i'm a woman of my word people can go a long way to be assholes i'm tired of fighting against the saints meet me and maybe you'll realize that come on like time to find some answers with the hope of an in johnson firewood display people looked up only to see fallen gun shells raining down into their eyes the apparent theft of a cargo container gave citizens a scare as gunfire was heard in the skies above steelport several helicotter's channels you see dodging bullets coming from rooftops throughout the area the contents of the container are unknown, although several people on the ground reported that it was leaking one of the the staff is just pushing the dass er gedrückt hat einfach normal fahren darf nur hin und her schleudern wollen die von mir was hab ich gemacht was hab ich denn gemacht dass sie mich so krass ficken ich verstehe das wollen die affen ja 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 noch 500 meter ich habe mal wieder zwei das überleben nein habe ich ja voll gar nicht mehr ach man so wieder so eine kacke und nee karrische das habe ich gemacht aha fahri gestörte so äh aufs rand das 1000 meter wo bin ich hier gespawnt Wie kann ich dir helfen? Ich habe deine Meinung auf Viola de Winter. Mein persönlicher Meinung ist, dass sie eine sinnvolle Wolle ist. Professionell, jedoch, sie könnte eine gute Information haben, wenn sie sich vertraut. Das ist eine Frage wirklich, nicht wahr? Na gut, das ist eine gute Zeit. Hold' an, Oleg. Ich würde dich treffen, wenn du bereit bist. Ich würde dich helfen, wenn du bereit bist. Ich habe dir helfen, dass du dich nicht tun hast. Das ist nicht wahr, dass ich eine Frau von meinen Worten bin? Die Leute sind ein langer Weg, um zu sein. Ich habe Angst, um gegen die Städte zu reden. Willst du mich treffen? Komm, Oleg. Zeit, zu finden Antworten. War es zu viel für dich? Was ist los? Ist nun noch ne F sindle gefertigt!!! Oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Das ist schnell los, ich hab's dochzem kann. Oh oh oh. Es wird nochmal blatt. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oleg. Oh 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 oh. polizei und der tisch war kann man die geile muss man sagen ich habe keine reifen mehr alle verbrannt oder was aber ja also und ja ja Oh mein Gott! So what's in it for you? I get to watch Kilbane suffer. Can you play nice? I am always gentleman. What is that? Nothing good. Let's go! Let's go! Damn it! Ladies first. Kia, status. This thing has taken cover with one of the DeWinter sisters. We're about to move in. Roger that. Contact me when you secure the area. Yes, Commander. What is that for the blöde? Krass, ey. Stört diesen, ey. Komm mit einer Armee an. Wow! Hör auf! Hör auf! Nur weil die Brücke Schrott gemacht haben. Super toll! Hör auf! Wird die alles aushalten? Dann kriegst du ja einen Anfall. Oi, oi, oi. Was sind die für Waffen, ey? Gott, hör da mal auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Pfff, ffff! Und die haben auch, ich weiß nicht, ob die gelitten haben und einfach nur epic sind. Und wie epic das ist. Als für krasse Geräte die haben. Muss man schon sagen, ey. Ah, hier Affenköppe. Junge, junge, junge. Ah ja, so, ich hab einen Raketenwerfer. Naja, zu spät. Ha. Ihr, ihr bekloppten Ossen. Da töte die Stackfeinde. Ey. Ey, die haben auch schon alle Geräte, muss man sagen. Sieht's deutlich aus. Und zack. Was ist so? Oh. Ich könnte auch so ein Ding fliegen, das wäre ja mega geil. Das wäre ja mega super super geil. Ja, aber ich hätte einen Schott gekriegt. Störe ich nöwisch. Zerstöre den Vault. VTOL.